Die meisten, die schon Kurse gemacht haben, wissen, dass die erste Wurzel des Singens ist das Stöhnen. Und wir haben einiges zu stöhnen, sowohl im persönlichen, aber noch viel mehr in der großen Lage der Welt. Also, das Wurzel des Stöhnen, tief den Atem, tief den Atem durch die Nase, nicht nur ein Atmen, nein, ein Staunen, denn es ist zum Staunen, dass wir atmen können. Das würde nicht immer so bleiben. Also, jetzt geht's noch, also, atmen kräftig durch. Also, ich wollte jetzt nicht das Ende dieses witzigen Konzertes beschwören, dass wir hier nicht mehr rauskommen. So, wie Jim Morrison, man sagte, hier kommt keiner leben raus, aber er meinte natürlich nicht die Konzertgemeinschaft, sondern gut, es hier auf dem Ehrenkreis, hier kommt tatsächlich keiner leben raus. Und während du so da sitzt, tief einatmest, immer wieder tief einatmest. Und wenn du dich ganz langsam darauf einstellst, dass der ganze Stress des Alltags abfallen darf, und du mit dem Klang deiner Stimme, mit dem Klang aller Dera, die hier mitsingen, zu deinem tiefsten Kern, dem du völlig gesund bist, was auch immer gerade wehtut, durch deinen Klang zu tiefsten Kern, durchspüren kannst. Es gibt bei allem nichts Besonderes zu tun an diesem Abend. Und während du so da sitzt und tönst, geh ganz sanft auf ein N wie Nordpol, also die Zunge an den Gaumen. Damit schickst du die Schwingung deines Tönens in deinem Körper. Während du so tönst, kannst du die Schwingung deines Tönens in deinen Füßen spüren. Du kannst die Schwingung in deinem Fußgelenk spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Faden spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Knien spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Oberschenkeln spüren. Du kannst die Schwingung in deinem Bettraum 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 spüren. Du kannst die Schwingung bereich deiner Brustwirbelsäule ein bisschen aufrichten, sodass der Atem noch tiefer geht. Du kannst die Schwingung in deinen Schultergelenken spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Oberarm spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Ellenbogen spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Unterarm spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Handgelenken spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Handtellern spüren. Du kannst die Schwingung in deinen kleinen Finger der linken Hand spüren. Du kannst die Schwingung in deinen kleinen Finger der linken Hand spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Kopf spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Ringfinger in deinen Hand spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Finger der linken Hand spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Ringfinger in deinen Hand spüren. Du kannst die Schwingung in deinen Kopf spüren. Und du kannst die Schwingung in deinen Seite gehen. Du kannst die Schwingung in deinen Mittelfinger in deinenuiテmen Spüren. Und du kannst die Schwingung in deinen Mittelfinger mit deinem Hand spüren. Und in deinen Zeigefinger-Weltens尋er der linken Hand gather. Und in dein Nationaldem Indian püren. Dass die Schwingung in deinen Mittelfinger in deinen Hand spüren. Und in deinen Schwingung der rechten Hand spüren. Und du kannst die Schwingung in den Daumen der linken Hand spüren. Und den Daumen der rechten Hand. Und du kannst die Schwingung in deinem Halswirbel spüren. Und du kannst die Schwingung in deinem Augenhintergrund spüren. Und du kannst spüren, wie die Schwingung sich in deinem ganzen Kopf ausgeht. Und du kannst die Schwingung in deinem ganzen Kopf. Und du kannst die Schwingung in deinem ganzen Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020